In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Zeitschriftenband bestellen und ausleihen können. Stellen Sie sich vor, Sie haben im Online-Katalog der SUB die folgenden Treffer für die gesuchte Zeitschrift gefunden. Darunter befindet sich auch die Druckausgabe der gesuchten Zeitschrift. Unter den Details zum Titel finden Sie auch die Angaben zu der Verfügbarkeit. Wenn die Zeitschrift an mehreren Standorten vorhanden ist, werden diese Standorte aufgelistet. Für jeden Standort, hier zum Beispiel die Zentralbibliothek, sehen Sie unter den Bestandsangaben, in welchem Zeitraum die Zeitschrift vorliegt. Unter der Anmerkung ist wiederum zu erkennen, dass die aktuellen Jahrgänge ab 1995 im Lesesaal stehen. Das bedeutet, dass diese als Präsenzbestand gelten und nicht bestellbar sind. Sie sind nur übers Wochenende ausleihbar. Diese Jahrgänge müssen Sie selbst am Standort entnehmen. Die älteren Jahrgänge befinden sich im Magazin und müssen über den Guck bestellt werden. Um die Printausgabe der Zeitschrift zu bestellen, benutzen Sie, wenn vorhanden, immer den Link Bandliste. Dort sehen Sie übrigens nochmal, dass die Jahrgänge ab 1995 nicht bestellbar sind. Sie müssen am Standort entnommen werden. Wählen Sie den gewünschten Jahrgang aus, geben Sie nun die Nummer, die auf der Rückseite Ihres Studien-, Universitätsausweises oder Bibliotheksausweises steht, sowie das dazugehörige Passwort ein und klicken Sie auf Absenden. Manche Jahrgänge werden Sie in dieser Auflistung nicht finden. Das bedeutet, dass sie nicht direkt bestellbar sind. Wenn Sie etwa den Jahrgang von 1966 bestellen möchten, müssen Sie einen anderen Weg gehen. Hier ist die freie Bandbestellung erforderlich. Klicken Sie den Link hierfür an. In diesem Fenster sehen Sie nochmals Details zu der gesuchten Zeitschrift. Unten im freien Feld geben Sie den gewünschten Band bzw. das Erscheinungsjahr ein. Bestätigen Sie Ihre Bestellung mit der Eingabe, Ihre Ausweisnummer und dem Passwort. Auch hier gilt, dass die Bestände ab 1995 nicht bestellbar sind und am Standort entnommen werden müssen. Nach der Bestellung ist der gewünschte Jahrgang in der Regel nach ein bis zwei Werktagen im Selbstabholbereich. Das können Sie dann in Ihrem Benutzerkonto erkennen. Bitte bedenken Sie, dass es für ausleihbare Zeitschriften eine verkürzte Leihfrist gibt. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an uns. Sollten Sie, dass es für ausleihbare Zeitschriften eine verkürzte Leihfrist gibt.